Bitcoin ist stark am Fallen, deswegen wollen wir uns heute nochmal etwas ausführlicher, wirklich alle relevanten Informationen anschauen. Deswegen fangen wir gleich erstmal mit den Spot ETF-Flows an, denn diese haben natürlich extrem große Auswirkungen aktuell immer noch auf den Bitcoin-Kurs. Wir werden uns natürlich auch nochmal die Exchange-Daten etwas genauer anschauen und nochmal auf die Liquidation-Heatmap sowie weitere wichtige On-Chain-Daten schauen und nochmal über die aktuelle News-Lage sprechen, denn auch diese ist dafür verantwortlich, dass wir bei Bitcoin nochmal diesen starken Abverkauf jetzt gesehen haben. Am Schluss werden wir nochmal über die größeren, über die kleineren Timeframes sprechen und ich werde euch nochmal sagen, warum wir hier potenziell nochmal eine größere Korrektur erwarten könnten. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne mal ein Like auf dieses Video da oder schreibt einen netten oder kritischen Kommentar, das unterstützt uns sehr. Für alle neue Heats sind natürlich gerne Kanäle, bei denen die Glocke aktivieren und sonst würde ich sagen, starten wir jetzt sofort rein. So, als allererstes fangen wir mit den wichtigsten Sachen an und zwar den Spot ETF-Flows und hier haben wir gestern am 16.04. immer noch negative Flows gesehen von insgesamt netto 58 Millionen US-Dollar. Und wir können hier in diesem Chart sehr schön eigentlich erkennen, dass wir hier ja eigentlich stetig abfallende Inflows haben, beziehungsweise jetzt sogar seit einigen Tagen deutliche Outflows haben und die Inflows zwischendrin auch eben immer geringer werden. Das heißt, hier muss man wirklich sagen, lässt die Kaufkraft deutlich nach, was natürlich auch deutlich negative Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs hat. Vorher war das ja immer so ein bisschen das Argument, dass wir hier in diesem Bereich so hatten, wo wir so starke Inflows haben, dass es eben so stark positiv zu werten ist, dass wir so starke Inflows haben, dass eigentlich der Bitcoin-Kurs mehr oder weniger nur ansteigen kann, was wir in diesem Zeitraum ja auch größtenteils gesehen haben. Wenn wir die Exchange-Daten reinschauen, sehen wir, dass wir hier immer noch größtenteils positive Funding-Fees haben, der CVD-Spot aber zwischenzeitlich schon deutlich abgefallen ist. Das heißt, auch hier können wir erkennen, dass die Leute inzwischen doch immer noch sehr euphorisch sind, die die ganze Zeit weitere Long-Positionen aufmachen, wie nur ganz kurzfristig negative Funding-Fees sehen, obwohl wir eben einen stark abfallenden Bitcoin-Kurs haben, was im Endeffekt die Rallye nach unten auch noch weiterhin befeuert, weil diese Positionen natürlich die ganze Zeit wieder liquidiert werden und das ja im Endeffekt einfach den Markt noch weiter nach unten drückt. Auch die Open Interest konsolidiert eigentlich, seit wir hier die 60.000 das erste Mal angetestet haben, eigentlich nur seitwärts. Das bedeutet für mich auch, wenn wir jetzt hier nochmal weiter nach unten korrigieren sollten und ein deutlicheres, tieferes Tiefsätzen, dann könnte es für mich nochmal deutlich wahrscheinlich sein, dass wir einige Liquidationen rausnehmen, was wir auch auf der Liquidation Heatwimpe sehr gut erkennen können, denn hier hatten wir unseren kleinen Wig, der natürlich viel liquidiert hat, was man auch hier sehr schön gesehen hat. Hier haben wir wirklich viel Liquidationen gesehen, aber danach eben nicht mehr, weil wir natürlich hier alles wegliquidiert hatten. Wenn wir jetzt aber nachhaltig unter die 60.000 kommen, wären hier nochmal deutlich größere Liquidationen, die die Rallye nach unten bzw. den Abverkauf auch nochmal deutlich verstärken könnten. Und auch wenn wir auf den Accumulation Trendscore schauen, der anschaut, wie die verschiedenen Entitäten kaufen oder verkaufen, können wir das erste Mal seit mehr oder weniger letztem Jahr Oktober sehen, dass dieser hier deutlich wieder im Bereich der Null geht bzw. deutlich heller wird, was für uns bedeutet, dass hier doch einige größere Entitäten wieder am Verkaufen sind, Profite nehmen, was natürlich jetzt nicht ungewöhnlich ist, nachdem wir hier so eine massive Rallye nach oben gesehen haben und jetzt doch eine deutlich signifikantere Seitwärtsbewegung, bei der es anscheinend gerade jetzt so aussieht, als würden wir diese vielleicht eher nach unten verlassen. Dann fangen die Leute eben an, Profite zu nehmen und das drückt dann natürlich weiter in den Kurs, weswegen wir dann natürlich potenziell jetzt auch diesen weiteren Abverkauf sehen könnten. Das heißt, man muss ganz ehrlich aktuell sagen, es sieht nicht sonderlich gut aus, die Spot ETFs verkaufen ab. Wir sehen, dass aus den Exchange-Staaten zumindest die Spot-Märkte hier weiter mitziehen, dass die Leverage-Positionen immer noch hier, ich sag jetzt mal, dieses dumme Geld hier weiter Long-Positionen aufmacht und die ganze Zeit wegliquidiert wird, was den Verkaufsdruck nach unten auch weiter beschleunigt. Wir sehen, dass wir unter uns, jetzt unter den Bereichen, die wir noch nicht angetestet haben, noch deutliche Liquidationen liegen. Also können wir davon ausgehen, dass wenn wir jetzt noch weiter hier korrigieren, wir auf jeden Fall auch noch mal etwas mehr, ja, ich sag jetzt mal, Verkaufsdruck in diese Rallye nach unten reinbekommen, neben dem Verkaufsdruck, den wir aktuell eh schon sehen, was wir hier beim Trend Accumulation Score by Cohort sehen. Das heißt, es sieht aktuell wirklich nicht sonderlich gut aus und auch news-technisch sieht es aktuell nicht gut aus. Wir sehen, dass die Situation zwischen Iran und Israel weiter eskaliert, beziehungsweise potenziell noch ein großes Gefahrenfassen birgt und das verunsichert natürlich die Märkte, was auch weiterhin stark auf die Kurse drückt. Unsichere Märkte bedeuten in aller Regel eigentlich auch erstmal deutlich, deutlich schwächere Märkte. Zudem muss man auch noch sagen, dass neben dieser eh schon sehr schlechten News-Situation hier im Nahen Osten, wir auch noch sehen, dass Powell, also der Chef der FED, hier auch noch etwas, ja, ich sag jetzt mal, zurückhaltender geworden ist mit seinen Voraussichten, wie es mit der Zinspolitik weitergeht. Wir hatten ja immer wieder diese Antizipation von Zinskürzungen dieses Jahr. Jetzt sieht es etwas schlechter aus wie mit der Inflation, die ist wieder etwas höher gewesen, als man erwartet hat und es steht sogar wieder leicht im Raum, ob wir gegebenenfalls nicht sogar noch mal steigende Zinsen sehen würden, was natürlich sehr negativ für den Markt wäre. Das heißt, man muss ganz klar sagen, es sieht aktuell von den Finanzinstituten, von den Bigplayern an den Spot-TTFs schlecht aus, es sieht schlecht aus in den Exchange-Daten, beziehungsweise die Exchanges ziehen deutlich mit, hier gibt es keine positive Neuerungen, wir haben deutliche Liquidationsbereiche unter uns, die großen Entitäten, beziehungsweise der Durchschnittsmarkt fängt an abzuverkaufen, die geopolitische Situation sieht schlecht aus, genauso wie die fiskalpolitische Situation schlecht aussieht, das sind erstmal sehr, sehr schlechte Aussichten, oder zumindest ein sehr, sehr schlechtes Bild, was wir aktuell vom Markt haben. Genau deswegen würde ich jetzt aber sagen, schauen wir noch mal in die Charts rein, um wirklich zu wissen, ob wir jetzt hier noch mal Gefahr laufen, eine größere Korrektur zu sehen. Und auch hier sieht es eigentlich, wie in den restlichen Statistiken und Informationen, die wir uns gerade angeschaut haben, nicht sonderlich gut aus. Wir haben dieses große Symmetrical Triangle, was euch Liam hier gestern schon gezeigt hatte, das natürlich eine enorme Konsolidierung bei Bitcoin darstellt. Wir haben uns mehr oder weniger hier seit Ende März kaum mehr größer bewegt, außer halt in dieser Spanne von 61.000 bis 70.000. Und jetzt sieht es eben so aus, als würden diese Spanne gegebenenfalls verlassen. Klar, wir befinden uns hier noch in diesem relativ soliden Supportbereich dieser gelben Zone hier. Und solange wir diese nicht nachhaltig, beispielsweise mit einem Daily Close nach unten verlassen, sieht es jetzt noch eben nicht extrem kritisch aus. Aber man muss ganz klar sagen, die heutige Day-Kerze schließt in knapp drei Stunden, ist hier mit knapp fünf Prozent im Minus und fällt doch deutlich aus unserem Symmetrical Triangle raus. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass wir jetzt eben noch einen Pumpen in den nächsten drei Stunden über die 63.200 sehe, was notwendig wäre, um hier wirklich nachhaltig in unserem Symmetrical Triangle drin zu bleiben. Sollten wir irgendwo in diesem gelben Bereich schließen, wäre das für mich erstmal eine logische Weiterführung dieser Chartbewegung beziehungsweise aber natürlich auch ein bearisches Zeichen, weil wir damit erstmal hier wirklich den ersten Close unterhalb unseres Symmetrical Triangles hätten und damit die Wahrscheinlichkeiten steigen, dass wir weiter nach unten fallen. Gerade aber, wenn wir natürlich jetzt einen Close noch weiter unten sehen, das heißt hier unterhalb der 60.500 Dollar, wenn wir hier unten einen Day-Close sehen, hätten wir natürlich auch hier unseren vorherigen Low-Punkt unterboten mit dem Daily Close und damit würde es dann wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr bearisch aussehen. Dann würde ich vielleicht maximal davon ausgehen, dass wir vielleicht nochmal einen kleinen Antest nach oben starten, aber dann wahrscheinlich erstmal eine größere Korrektur sehen. Das heißt, die zwei wichtigen Preisstellen sind für mich aktuell die 60.650 und die 63.200 Dollar. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir nochmal auf die kleineren Timeframes, beispielsweise auf dem 4-Hourly-Timeframe, können wir aktuell sehr schön erkennen, dass wir hier aktuell einem deutlichen Downtrend folgen. Wir haben den jetzt schon dreimal angetestet, das heißt, es ist ja ein sehr valider Downtrend. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, sollten wir jetzt das nächste Mal hier gegenlaufen und es sieht wieder so aus, als würden wir davon rejectet werden, könnte man hier eigentlich auch nochmal eine schöne Position eingehen, denn das würde dann auch bedeuten, dass wir vermutlich hier aus diesem Support-Bereich rausfallen und dann würde die Downside doch erstmal etwas größer sein. Wenn wir vielleicht nochmal auf den Day-Chart springen, können wir nochmal kurz das Price-Target hier, dieses Magical Triangle abmessen. Das wäre dann doch ungefähr hier bei den 52.000, was hier auch unsere nächste, ja kleinere Konsolidierungszone für den Bitcoin-Kurs wäre. Das heißt, das wäre schon ein durchaus realistisches Tages, was wir für Bitcoin hier sehen könnten. Hier würde sich dann natürlich die Frage stellen, ob wir hier direkt den Bounce drauf schaffen würden dann oder ob es gegebenenfalls natürlich hier nochmal Probleme gibt und wir vielleicht sogar wirklich nochmal durch diesen Support nach unten durchfallen, dann wäre hier das nächste relevante Level bei 45.000 natürlich. Aber das wollen wir natürlich nicht sehen, weswegen hier die 52.000 erst mal das Price-Target vom Symmetrical Triangle wären und natürlich auch unser nächster wichtiger Support aus Chart-Perspektive. Auf dem One-Hourly-Time-Frame ist jetzt natürlich die Frage, ob wir es hier schaffen, über den 60.650 zu bleiben oder ob wir es hier gegebenenfalls nochmal schaffen, etwas nach oben zu kommen und hier vielleicht nochmal die 63.000 wirklich antesten können. Das wäre natürlich die, ja, sag ich mal, einzig bullische Chance, die wir hier hätten. Dafür müssten wir natürlich auch aus unserem Downtrend hier nach oben ausbrechen und durch unsere gesamte Support- sowie Resistance-Zone aktuell wieder durch. Aber wenn wir das Ganze natürlich schaffen, hätten wir wieder ein Potenzial. Sollten wir jetzt hier natürlich sofort nach unten rausfallen, mitten in den nächsten drei Stunden, hätten wir natürlich auch nochmal ein deutlich bearishar und daily close und dann wäre die Wahrscheinlichkeit für mich nochmal höher, dass es hier vielleicht auch relativ zügig weiter nach unten geht. Ich würde auch sagen, das waren die wichtigsten Sachen, die man aktuell zum Bitcoin-Kurs wissen sollte. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal ein Like da lassen oder schreibt mir in die Kommentare, ob ihr denkt, dass wir jetzt hier einen Breakout nach unten sehen werden und wirklich 52k erreichen werden. Haut es mal in die Kommentare rein und sonst würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder im täglichen Update. Ciao, ciao.